Gut, erledigen wir. Ist ja... Ich hoffe, das liegt so ungefähr in meiner... Ja, das liegt ja einigermaßen so in meiner Richtung. Also kann man das eben erledigen. Ist ja hier in der Nähe. Oder? Das ist doch... Ha! Richtig, Vettel! Du lernst dazu. Okay, das sind alles schon tote Droiden. Ich brauche lebendige. Da, ein lebendiger Droiden. Jawoll. Boah, die machen scheinbar ernst. Und immer noch keine Dingster. Sammle Transmitter von defekten Droiden. Leider noch kein Erfolg. Aber ich hoffe mal, dass ich das in dieser Gruppe hier bekomme. So, hat irgendjemand... Ja, natürlich. Von euch hat natürlich auch keiner... Ich brauche jetzt endlich diese Ruiden-Dateien. Na, mach schon. Stirb schneller. Ich brauche jetzt endlich diese Ruiden-Dateien. Ich muss doch Druiden töten, da muss ich was anderes machen. Also jedenfalls wäre es logisch. Natürlich, hier sind Druiden, ich muss sie töten, ich muss ihre Daten sagen. Ja, Gott sei Dank, ich mache alles richtig. Dankeschön, ich bin hier auf den ganz falschen Damm. Oh, was blau ist. Was blau ist, ist immer gut. Ja, toll. Wenn es noch für mich wäre, dann wäre es noch geiler. So, keine defekte Datei, aber... Wir haben schon mal einen Transmitter, das ist doch schon mal was. So, hier kommen wir auf das, was ich will. Achso, ja, okay, das geht hier eigentlich rundum drüber. Nun gut, erledigen wir doch mal diese Angelegenheit. Da steht Teil 1 außerdem bei der Kreuz. Das heißt, das ist noch nicht alles, was wir hier zu erledigen haben. Ich weiß nicht, ob mich das freuen soll oder nicht. Oh yeah, und die Kehle durchgeschnitten. Jawohl. Leider droppen die auch diese Transmitter so selten. Immer noch kein Transmitter. Oh, da hat sich noch einer versteckt. Ach, du bist ja ein niedlicher Johnny. Versteckte sich Eiskalt hinter diesem Teil. Ach, du bist ja süß. Da, ein Transmitter. Da waren es nur noch drei. Sollte eigentlich nicht mehr lange dauern. Okay, hier kriege ich auch noch Teile, aber ich meine, hier bin ich doch eigentlich auch schon gar nicht mal so schlecht unterwegs. Und jetzt Jump! Oh mein Gott, und ich dachte, er schafft den Jump. Mann, bist du jämmerlich. Okay, der ist tot. Den durchbror ich. Den töte ich. Den durchbror ich. So, nur noch zwei Teile. Läuft doch wie am Schnürchen! So, die Teile kriege ich nicht mehr. Da wird schon gekämpft. Aber wenn ich schnell genug bin, komme ich vielleicht an die nächsten ran. Da, da sind die nächsten. Ich muss mich beeilen. Die Leute sind ja scheinbar sehr schnell, wenn es darum geht, hier Quests abzustauben. Okay, kein Ersatzteil, aber Ja, noch eins. Sauber. Hier, die müssten eigentlich mir den Rest geben. Hoffentlich, jedenfalls. Komm schon! Ja! Sauber. Kehr zum Captain zurück. Mach ich doch gern. Ich habe sogar was Geiles gefunden. Lichtschwert. Ich kann dich nicht anziehen, weil es ein Doppellichtschwert ist. Aber hat das vielleicht irgendwas, das ich gebrauchen kann? So ein Farbkristall. Ja, Farbkristall von Lille ist okay. Wie schadet es mit dem Farbkristall? Das ist auch okay. Ne, schade. Leider nicht. Aber das Ding wird bestimmt viel Kohle einbringen. Sehe ich jetzt schon. Finde ich gut. Also ich habe gelesen, jetzt bestätigt sich das. Bestätigt sich das. Weil ich habe gelesen, dass irgendwie die Dropraten also von seltenen Gegenständen oder normalen Gegenständen gesenkt wurden, sodass man halt eine erhöhte Chance hat. Und ich habe einfach gedacht, die labern halt scheiße, aber scheinbar haben sie nicht so recht. Habt ihr die Transmitter? Kein Grund, so überrascht zu sein. Das war doch nichts. Sie gehören euch. Nicht so überrascht. Sonst denke ich noch, ihr hättet kein Vertrauen. Ihr habt recht. Ich schulde euch meinen Dank. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, übermittle ich die Daten dem Oberkommando und wir wissen mehr. Das ist schlimmer, als ich es mir je ausgemalt hätte. Lord Grathan steckt dahinter. Er muss es sein. Grathan? Ich kenne diesen Schurken. Geht es euch auch etwas... Geht es auch etwas genauer? Erzählt mir alles. Ich kenne Lord Grathan und seine Frau. Eine durchtriebene, gestörte Familie. Er hat seine Spuren gut verwischt. Wir können es zwar nicht beweisen, aber Lord Grathan hat Sicherheitscodes und planetare Daten von Drom und Kars aus nach draußen gesendet. Alles, was eine Invasion-Armee gut gebrauchen könnte. Major Chalester ist bereits auf dem Weg zum möglichen Invasionsort und nimmt jeden Soldaten mit, den er auftreiben kann. Sie treffen euch auf der anderen Seite der Brücke. Beeilt euch! Okay, gehen wir. Planetenauszeichnung oder... Ja, komm. Einen Gürtel gönne ich mir mal. Wo müssen wir... Ah, wir müssen auf die andere Seite. Alles klar. Gehen wir doch mal. Sobald wir die Quest fertig haben, oder besser gesagt, sobald wir dort ankommen, mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Die habe ich mir scheinbar verdient. Ein bisschen Hunger habe ich und ja. Danach würde ich sagen, nehmen wir dann sofort direkt weiter auf. Aber erstmal... laufen. Sehr, sehr lange... laufen. Aber daher, dass ich einen Monat nicht da war, hat sich das ziemlich gelohnt. Ich habe diesen EP-Boost, also daher, da ich ja so lange nicht da war. Shit! Was ist das? Ah, nicht meine Angelegenheit, los töten. So, Vettel, hier kannst du nochmal erkunden. Wie gesagt, Archäologie wird uns ziemlich... später ziemlich wichtig. Hier gibt es noch eine Quest, die mache ich dann fertig, sobald ich durch bin. Und... hier geht es dann doch erstmal weiter zur nächsten Aufgabe. So, Major Shellasta. Ich bin hier. Wo ist diese Invasion, die Captain Eisen so sicher vorherzusehen glaubte? Sie beginnt, mein Sith Lord. Und wie? Während der letzten drei Tage wurden von Drom und Kars aus mehrere Übertragungen getätigt und von Schiffen im Orbit eines nahegelegenden Asteroiden empfangen. Die Übertragungen enthielten sichere Landekoordinaten für die Planetenoberfläche und Sicherheitscodes, mit denen man die Orbitalverteidigung umgehen kann. Das weiß ich bereits. Ist es die Republik? Dann sollten wir zuschlagen. Wir müssen jetzt handeln. In der Tat. Vor einigen Stunden haben kleine Fähren, die den Sensoren entgehen können, damit begonnen, Truppen auf der Planetenoberfläche abzusetzen. Diese Truppen sind brutale, fremdartige Söldner im Dienst des Verbanden Lord Tütonus. Wer in der Sith-Politik bewandert ist, wird sich erinnern, dass sie die Rebellin war, die auf Beckerin ihr eigenes Königreich ausgerufen hat. Dann ist sie eine Verräterin. Was ist mit Lord Grathan? Bringen wir sie alle um? Ich glaube, Captain Eisen hielt Grathan für den Verantwortlichen. Möglicherweise hat Lord Grathan ihr die Informationen verschafft. Doch es ist nicht seine Armee, die gerade einfällt. Lord Tütonus hat genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Momentan sind so viele unserer Truppen vom Planeten abgezogen, dass sie sogar Cars City einnehmen könnte, wenn sie ihre komplette Söldnerarmee einfliegt. Wir müssen ihre Fähren an der Landung hindern und ihre Truppen zurückschlagen. Ich habe bereits alles aufgewendet, was mir zur Verfügung steht. Jetzt ist es an euch. Alles klar, das werden wir doch mit links übernehmen. Scheiße auf Essen. Ich glaube, das bringen wir noch eben noch zu Ende. Und dann machen wir eine kleine Aufnahmepause. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es eine Helden 4 Scheiße ist Das heißt, ich muss da mit Ich muss da mit Leuten reingehen Das sieht sehr gut aus Das kann sein, dass er vielleicht Oh ja, es sieht sogar sehr gut aus Leute, ich glaube, ich warte mal Leute, ich warte mal eben Bis hier vielleicht mal ein bisschen was klar geht Wir sehen uns gleich wieder Und dann machen wir bestimmt weiter mit der Quest Alte Freunde Wir sehen uns gleich wieder, sieja